Billig Intro, denn ich hab noch immer keins. Hallo liebe Freunde der gepflegten Schnellunterhaltung, willkommen bei 7 Days to Die bei Tag Nummer 2. Und ich kann schon vorab sagen, wir geben heute hier richtig Gas. Noch mehr als sonst. Kein Rumbummeln mehr, sondern wir wollen richtig was schaffen. Zumindest will ich das, denn, Achtung, unerwarteter Real-Life-Hinweis, ich muss noch den Abfluss meiner Küche inspizieren. Hier seht ihr etwa, wie ich eine Ikea-Spüle mit einem inkompatiblen Abfluss mit Silikon kombiniert habe. Und da soll noch einer sagen, man lernt nichts im Computer spielen. Und ich muss noch die Reifen wechseln im Auto und tausend andere Sachen. Aber das ist ja jetzt hier gar nicht von Belang. Hier im Spiel genießen wir jetzt erstmal den Auszug aus 3,5 Stunden Gameplay. Genauer gesagt von Tag 2, 3 und 4. Und der Spaß beginnt natürlich hier in der nahegelegenen Stadt. Und zwar in dieser schicken Designer-Wohnung, in der die Leute wohl bis zuletzt kräftig gefeiert haben. Warum anders kann ich mir nicht erklären, dass der gute Mann sich hier hinter dem Sofa auffällt und dort für allerlei Überraschungen gut ist. Und auch sein halbstarker Kumpel kommt wie ein Alpha-Gorilla-Männchen auf uns zugestampft, ist allerdings kein Match für Dr. Baseball. Und ich denke ja, auch wenn im Zeitgeist der Gegenwart manche mächtigen Menschen der Welt lieber Mauern hochziehen, statt sie einzureißen, so bringt es uns Menschen doch näher. Und wir können uns näher kennenlernen und uns besser austauschen. Ja, der hat's hinter sich. Meine Aufmerksamkeit würdig war diese seltsame, verrammelte Tür hier. Aber kein Gegner für Mr. Stein-Axt. Und innen drin hat uns... ...kein Jumpscare erwartet, sondern einfach nur jemand, der in der Ecke blöd rumstand. Und der wohl richtig lange darauf gewartet hat, uns seine tolle Zahnhygiene ganz genau zu zeigen. Nun ja, ich war allerdings nicht sehr begeistert davon. Der Rest hier war reine Fleißarbeit. Unter anderem Wäschmaschinen, Ledersofas, noch mehr Ledersofas, Ledersofas... ...und am Ende sogar noch ein Auto und dann ging es auch schon wieder nach Hause. Ja, die Zombie-Apokalypse kann schon einsam machen. Und da könnte man glatt auf die Idee kommen, irgendwann mal einen dieser Leute tatsächlich anzuketten... ...und mit nach Hause zu nehmen. Aber ich glaube, das hat man in einem Film tatsächlich mal gemacht. Aber das ist jetzt auch egal. Also, erstmal alles hier gesammelt und das reicht jetzt auch erstmal. Und damit kann der Blasebike endlich hergestellt werden. Dauert gerade mal 40 Sekunden. Und als nächstes dann die Schmiede The Forge. Genau, da fehlt dann nur noch der Lehm. Doch Lehm gibt es zuhauf in dieser Gegend. Und da baut man sich schnell mal eine kleine Schaufel und fängt dann an zu graben. Die ganze Zeit an zu graben. Denn von dem Zeug werden wir hier noch tonnenweise benötigen. So schnell geht das hier und schon ist man fertig. Ja, die Apokalypse macht wirklich einsam. Also, Schmiede ist hergestellt und damit ist es auch endlich möglich, hier Eisen zu produzieren. Und Eisen ist deswegen wichtig, weil man daraus genau noch bessere Werkzeuge machen kann. Mit der man dann noch mehr bekommen kann und so weiter. Denn niemand will die ganze Zeit mit so einer stumpfen Holzaxt auf die Bäume einschlagen. Doch da im Moment das Eisen produziert wird, gibt es nichts besseres zu tun. Und so müssen die Bäume der Umgebung daran glauben. Und mit dem ganzen Holz ist jetzt auch genügend Brennmaterial für den Ofen da. Und so sind wir jetzt nach anderthalb Tagen in der Lage, das erste eigens hergestellte Eisen zu verarbeiten. Ich muss ehrlich sagen, nach anderthalb Tagen schaffe ich es nicht mal, meine Wohnung richtig aufzureiben. Aber hey, ja, das ist eine Extremsituation. Und so kann man sich dann jetzt auch mal eine Pickaxe herstellen. Was heißt das denn nochmal auf Deutsch, das Ding, Pickaxe? Da diese, ach Gott, ich glaube Pickle, ja. Ich vergesse das immer. Das ist echt eine der wenigen Dinge, wo ich nur das englische Wort weiß und nicht mehr das deutsche. Aber vielleicht habt ihr auch sowas. So, das ist das. Und jetzt geht es den Steinen an den Kragen, beziehungsweise richtig lange an den Kragen. Denn mit dem Teil werden wir jetzt hier noch viel, 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 viel abbauen. Oh ja. Oh. Oh. Oh, ihr habt keine Ahnung, wie lange das gedauert hat. Oh. So. Das nächste Mini-Projekt. Mrs. Steinachst in Rente schicken und die Eisenachst an diese Stelle setzen. Kein großes Problem, denn 20 Eisenbarren sind schnell gemacht. Und wie ein Wahnsinniger mit Schaum vor den Mund stampfen wir damit durch die Natur und schlagen völlig unnötig mit zu viel Gewalt zu. Herrlich. Mit der neuen Axt fällt auf jeden Fall das Bäume fällen leichter und es reicht noch für eine Handvoll bescheidener Abwehrmaßnahmen einem Hauseingang. Und so kann die Nacht kommen. Und natürlich, statt zu schlafen, wird hier erstmal fröhlich sortiert. Und verschoben und eingeordnet und... Moment. Ja, ich höre das auch. Das sind nicht die Nachbarn bei der Verfolgung ihrer Familienpläne, sondern eine ganze Zombie-Horde, die 10 Minuten vor 22 Uhr nochmal an unserer Hütte vorbeizieht. Und ich habe hier ein saumäßiges Glück, denn die junge Dame hier ist die einzige, die uns bemerkt hat. Und der Rest zieht einfach vorbei. Zumindest für den Moment. Hoffe ich mal. Ach, ich hasse Zombies. Da wir ja praktisch nichts haben, außer zwei Schusswaffen und 26 Schuss, wird, falls man uns hier jetzt entdeckt, in der Nacht das Ganze ziemlich rasch vorbei sein. Aber, wie es aussieht, ja, sie sind weitergezogen. Also, nicht die Zeit verschwenden, sondern erstmal natürlich Ordnung schaffen. In Sachen Ernährungsplan mache ich dazu meistens so, dass ich die Lebensmittel von oben links nach unten rechts nach ihrer Bedeutung sortiere. Und ansonsten wird die Krimskarmsküste auf Vordermann gebracht. Die Ressourcenküste mit dem ganzen Holz, dem Eisen und den anderen Sachen, die muss ich auch ständig pflegen. Und dann gibt es hier natürlich noch den Medizinschrank. Und ganz, ganz wichtig, natürlich nicht das Skillen vergessen. Wie gehabt mit dem Fokus auf gute Werkzeuge und dergleichen. Das schwer erkämpfte Eisen reicht dann auch für die Herstellung eines vernünftigen Jagdmessers und für einen besseren Knüppel und für einen schicken kleinen Hammer ebenfalls. Also, ne, töten und bauen. Das ist eine ganz einfache Sache hier draußen. Anschließend kochen wir das Wasser ab, produzieren etwas, wie heißt das, Talg oder Schmalz. Ja, eins von beiden. Dann noch Spiegeleier, Spiegeleier mit Fleisch. Und, äh, ja, der nächste Tag sollte dadurch dann auch gerettet sein. Und bei all der schweren Arbeit hier immer schön aufpassen, dass es draußen auch ruhig bleibt. Nicht, dass wir dagegen irgendwas tun können, wenn jetzt die Irren auf uns aufmerksam werden und die andackeln, aber das gute Gefühl, ganz alleine zu sein, das ist auch schon einiges wert. Ach ja, Jeremiah Rose in der Zombie-Apokalypse zwischen Einsamkeit und Todesangst. Als nächstes steht die Herstellung eines Ambosses hier an. Ich mach eben so. Dann ein paar Kerzen aufstellen und was gegen die beklemmende Angst dadurch tun. Und ich frag mich gerade, es wäre ja schon ganz geil, wenn dieses Spiel sowas wie in Amnesia erkennen würde, dass wenn, dass wenn es dunkel ist oder wenn man Angst hat, dass man anfängt zu halluzinieren oder sowas. Aber egal, ja. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, deswegen etwa 100 eiserne Pfeilspitzen herstellen und kurz darauf auch die Pfeile selbst. Dann das ganze Essen, wo ich an Amnesia denke, also da ist doch dieses Spiel, ich glaube es heißt Soma oder so, das muss ich unbedingt nochmal spielen. Ich hoffe, ihr kennt das noch nicht. Dann kann ich das mit euch teilen. Mal sehen. Also das ganze Essen einlagern, kennen wir ja auch schon. Und auch die Getränkekiste nicht aus dem Blick verlieren, in der neben den ganzen Wasservorräten hier ein Glas kalter Kaffee vor sich hin jammert. Und ich mag eigentlich keine Horrorspiele, aber ich denke, ich werde mir Soma auf jeden Fall mal anschauen. So, es ist 3 Uhr 46, 47 und es ist de facto schon hell. Ein perfekter Moment, um sich mal nach draußen zu wagen und das neue Jagdmesser hier in diesen Volltoten reinzurammen, der sicherlich nichts dagegen hat, wenn wir ihm ein bisschen Fleisch, ein bisschen Fett und einen Knochen abnehmen. Hervorragend. Und damit geht Tag 3 gut los. Keine Zwischenfälle in der zweiten Nacht. Wir waren ja äußerst produktiv, haben neue Werkzeuge, neue Munition, sind ausgeruht und wohlgenährt und es kann weitergehen, direkt wieder in die Stadt rein, und zwar in das letzte Haus, in der noch ein wertvoller Waffenschrank auf seine Befreiung wartet. Das Ergebnis ist allerdings mager. Keine vollwertige Knifte, nur Einzelteile. Ein paar Ecken weiter geht es daran, vorsichtig einen bereits geplünderten Einzelhandel abermals zu plündern und die Überlebenden hier sind in diesen beengten Räumlichkeiten wirklich kein Vergnügen. Und zumindest hier auf dem Dach ganz oben kommen wir in die angenehme Situation, dass dieser völlig verzweifelte Zombie uns seinen verwundbaren Nacken präsentiert, damit wir ihn endlich erlösen können. Aber gerne doch, mein Freund. Kaum wieder draußen begegnen wir dem ersten Hund oder eher Wolf. Seht ihr aus wie ein Wolf. Und wir wollen ihn natürlich essen, ist doch klar. Nur leider ist dieses Tier von unserem Dauerhagel aus Pfeilen wenig beeindruckt. Und glücklicherweise sind wir auf diesem Auto hier. Wow! Ja, hab mich erstrocken. Okay, sorry, sorry. Sorry. Ich war auch sehr, sehr mitgenommen. Wie sich das nach einer Explosion eben gehört, ja. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen immer noch ein Tier essen und dieses Tier hier gibt uns ganz solide sieben Einheiten Fleisch. Da kann man nicht meckern. Außer, dass wir fast in die Luft gegangen sind. Die restliche Plündertour hat weniger Zwischenfälle. So etwa dieser nette Waffenschrank, der uns eine tolle Schrotflinte spendiert. Vielen Dank dafür nochmal. Gerne doch, J.A., das mache ich wirklich gerne. Dieses tolle Kaffee hier ist erstaunlich frei von Nahrungsmitteln, bis auf diese beiden Konserven hier. Und damit ist das Inventar auch wieder übervoll und es geht auf die kurze Rückreise. Ab nach Hause, den ganzen Krempel in die Kiste. Einmal kurz umsehen und dann geht es schon wieder los. Und diese Tour jetzt dreht sich fast ausschließlich um Technik. Bewaffnet mit diesem mächtigen Schraubenschüttel geht es diversen Autos und Hausgeräten ans Leder. Ich und mein Monopol auf schlechte Witze, ja. Nein, es geht um Eisen, Treibstoff, aber vor allem um die mechanischen Bauteile, die wir später für die Werkbank und andere tolle Sachen benötigen. Und auch diese Werbung hier muss dran glauben, denn Eisen braucht man definitiv auch. Und auf dem wohlverdienten Rückweg passiert etwas Seltsames. Nein, das haben wir uns alle nicht eingebildet, Seven Days to Die. Und seine angenehmen, fließenden Übergänge vom Wetter sind wirklich eine Augenweide. Nun ja, kurz darauf, die Lootkiste hat wieder alles tapfer geschluckt. Da scheint auch dieser sonderbare Schnee schon wieder verschwunden. Und es geht weiter. Und die Tour jetzt dreht sich erstmal um diesen Hirsch, der zur falschen Zeit am richtigen Ort war. Und er läuft zwar panisch davon, also es sieht zumindest panisch aus, aber es tut mir leid. Jedes Mal, ja, Fleisch. Also, der gibt Fleisch. Dieser Plünderzug hier dreht sich wirklich um Fleisch, denn auch in der Stadt laufen wir diesen majestätischen Kreaturen über den Weg und verfolgen sie erbarmungslos durch die Stadt und auch über mehrere Jahreszeiten hinweg. Den kriegen wir noch. Meisterschuss. Ja, der hat es hinter sich. So. Habt ihr das eben gehört? Wieso klingt das eigentlich so, wenn man ein Tier schlachtet, wenn man eine Tür von einem vollen Auto zuhaut? Also, ich bilde mir das doch nicht ein, oder? Naja, egal. Also, es geht weiter. Und zwar hier in den Bücherladen. Und ich meine, zum Thema Bücherladen habe ich ja die ganz starke Vermutung, dass sie in der Literatur und in den Computerspielen dieser Welt wesentlich länger existieren werden als in Wirklichkeit. Denn ich muss mal kurz off-topic werden. Ich habe mir mal vor Jahren einen E-Book-Reader gekauft und seitdem musste wegen mir nie wieder ein Baum leiden. Also, wenn ich was lesen wollte, dann eben digital. Und meine ganzen Romane sind jetzt im Keller. Und glücklicherweise ist das ja hier in Seven Days to Die anders, wo wir uns mal so richtig hier austoben können, sofern uns die Leute hier lassen. Aber das werden sie schon tun. Und ich muss an dieser Stelle mal loswerden. Die Physik, die Liedmaßen-Physik, die ist doch sehr gelungen. Wie ihr seht, treffe ich da sein Knie, sein Bein und er, oh, mein armes totes Bein. Es schmerzt. Ich meine, wieso haben Zombies sowas wie Schmerzempfindende? Whatever. Also, dass man hier auch in diesem Spiel so Gliedmaßen abhacken kann, das ist ja auch ein Stück Computerspiel-Tradition. Das haben ja auch frühere Zombie-Titel schon exzessiv gelebt. Nur der Typ hier, der ist nicht tot zu kriegen, ne? Haben wir's? Ja, wir haben's. Und er hatte natürlich zwei Paar Schuhe dabei, ist klar. Kann ja sein, dass das eine Paar dreckig wird und dann, dann ist man vorbereitet. Ja. Da könnt ihr euch vorstellen, dass man sich jetzt durch so einen Engpass mit solchen Überresten hier durchdrückt. Nein, ich auch nicht. Deswegen, äh, gehe ich nochmal von außen rein. Das ist mir sicherer. So, schau mal rein. Nichts. Nichts. Nein. M-m. Mensch, hat sich ja richtig gelohnt. 44 Blatt Papier, da kann ich mir ja den Arsch abwischen. Das ist ja herrlich. Ach, das ist ja voll der Reinfall. Hier hab ich schon reingeguckt, aber auch nichts drinne. Ja, super, ne? Toll. Großes Kino. Das nächste Haus war tatsächlich etwas Besonderes und nicht nur, weil hier in der Garage in einer Kühlbox ein frisch zubereiteter Fleischeintopf lag. Sehr wertvoll, sehr, sehr gutes Ding. Sondern, weil, äh, die Bewohner wohl richtige Eckenfans waren. Denn der gute Mann hier war völlig überrascht, als er plötzlich einen Pfeil im Kopf hatte und ist dann einfach mechanisch nach vorne gelaufen und dort auch dann verendet. Sorry dafür. Und auch seine Partnerin hat geduldig gewartet, aber auch sie ging rasch zu Boden. Hm. Und das Besondere an diesem Haus war jetzt, äh, dieses abgeschirmte Büro hier, was nur, äh, halbherzig gesichert war. Also entweder wurde man da unterbrochen oder man wollte Haustiere draußen halten. Aber hier gab es wirklich eine Anleitung für ein Jagdgewehr. Hm. Und wäre das nicht genug? Zwei weitere Anleitungen für zwei weitere tolle Sachen. Ja, hab ich mir gedacht, das ist ja ein richtiger Jackpot bis hierhin. Vielleicht gibt es auf dem Dachboden ja auch tolle Sachen, wie zum Beispiel eine Minigun oder sowas. Aber es hat nicht sollen sein. Ja, stattdessen kam der Rest der Familie angewatschelt und ich muss sagen, lieber Shura Borodin im Dunkeln, wenn man nichts sieht. Da sieht man dann halt auch wirklich nichts. Dann kriegt man dann auch mal schnell Angst und haut einfach ab. Aber das ist okay. Das ist okay. Das sage ich mir zumindest ganz gerne. Doch alles in allem ein erfolgreicher Abzug und zurück geht es durch die Wüste in den Wald. in den Nebel. Also das ist jetzt zwar ein bisschen schneller als sonst, aber tatsächlich hat mich das in Seven Days to Die wirklich ein bisschen gestört. Jetzt zum Beispiel wird es hier wieder hell und man sieht das Haus und man könnte ja interpretieren, okay, das soll jetzt die großen, langen Reisen hier verdeutlichen, aber ich glaube, es ist tatsächlich nur ein bisschen schlecht programmiert, was auch immer. Jetzt kommt das eine der, jetzt kommt eine der besten Sachen, nämlich das ganze Zeug hier einlagern und auch wenn es jetzt nicht viel war, so ist die Kiste doch inzwischen gut gefüllt und was jetzt kommt, ist eben so wichtig wie das Plündern an sich, nämlich das Farmen von Lehm, Dreck, Stein, Stein, Eisen und was hier sonst noch so in der Erde ist und tatsächlich, ich will jetzt hier nicht um den heißen Brei herumreden, das ist der gesamte restliche dritte Tag, vorhin meinte ich vierte, aber es ist ja erst der dritte Tag und es gibt Leute, denen macht das Spaß, also die kommen von der Arbeit, setzen sich so vor und rechte und ach ja, gehe ich doch einfach mal in so einem Spiel farmen, ob das jetzt auf Gegner ballern oder auf Steine kloppen oder was auch immer ist, das ist ja der, ein ewiger Klassiker im Computerspiel-Genre und dann gibt es Leute, die sagen, hey, das ist voll scheiße, Farmen ist doch stumpfsinnig, aber ich sag mal so, Leute, wenn wir uns vor den Fernseher setzen oder wenn wir, okay, ein Buch ist jetzt was anderes und Musik hört eigentlich auch, aber wir gehen jetzt, ich hab jetzt nicht so Beispiele, aber es gibt schlimmere Sachen als sowas und manchmal ist es auch einfach ganz befriedigend, wenn man eine stumpfe, monotone Tätigkeit macht und glaubt, man arbeitet auf etwas Besseres hin und in Seven Days so da ist es auf jeden Fall auch der Fall. Also, um das hier ein bisschen zu beschleunigen, es ging darum, jetzt an dieser Stelle einen Tunnel zu graben, zuerst mit der Schaufel, später dann mit der Spitzhacke und meine Hoffnung war, so ein bisschen, irgendwann hier auf Eisen zu treffen. Naja, ob wir das hinkriegen, das wird man sehen, aber ich kann jetzt schon mal sagen, dieses steinige Kloppe, ich kann mir wenige Dinge vorstellen, die schwieriger zu ertragen sind, wenn man einfach nur zuschaut als sowas. Nur, ihr habt ja noch mich und meine wundervolle Stimme und so langsam wird mir klar, was Gronky Donky mit Minecraft so erfolgreich gemacht hat, nur fürchte ich, dass ich nicht das gleiche Charisma habe und jetzt nicht davon schwärmen kann, wie ich gerade Level 18 hier erreicht habe im Mining, yeah, sondern, dass mir gerade andere Dinge durch den Kopf gehen. Zuerst einmal bezüglich der Arbeit zu einiges, aber das kann ich an dieser Stelle leider nicht teilen. Auf der anderen Seite, was ich schon teilen kann, ist, ich habe mir um dieses Thema, um die Spieleindustrie so ein bisschen Gedanken gemacht. Da habe ich nämlich vor zwei Jahren so ein bisschen recherchiert zu den Spieleentwicklungskosten und, Moment mal, wir steigen mal kurz aus diesem frisch erhobenen Schacht raus, um uns angstvoll umzublicken. Nicht, dass wir hier überrascht werden. Und es sieht gut aus. Wir halten nochmal kurz das Messer hoch, um allen deutlich zu machen, dass wir es ernst meinen. Aber meine durch Arma hochentwickelten Augen konnten kein bewegliches Pixel entdecken und so geht es wieder in den Schacht, um hier weiterzukloppen. Also, Spieleindustrie eines meiner Lieblingsthemen und, Moment, das hier ist übrigens, ja, so klingt das, wenn man Eisen abbaut, liebe Kinder. Also nicht, dass ihr euch wundert, das klingt wirklich so, als wenn man auf einen großen Metallbottich einprügelt. Ich liebe Seven Days to Die, weil der Sound so scheiße klingt. Okay, also, haben wir uns alle dran gewöhnt, das ist Eisen, ja, für alle, die es noch nicht kannten. Und, äh, Spieleindustrie ist eines meiner Lieblingsthemen. Ich weiß gar nicht so, warum ich mich, äh, mit der wirtschaftlichen Seite so, immer so beschäftige, aber es liegt wohl daran, dass das so heftige Auswirkungen hat für mich als Kunde und ich eben leider kein Goldesel zu Hause habe und mir deswegen eben aussuchen muss, was ich mir kaufe und nicht kaufe. Und, ähm, offengesagt, beschäftigen sich meiner Meinung nach zu wenig Spieler mit der Industrie dahinter und sehen das Ganze ihrerseits natürlich als Hobby, aber auf der anderen Seite, äh, verkennen sie so ein bisschen die brutale Effizienz, die die Spieleindustrie inzwischen da, äh, eingegangen ist und wir sind inzwischen sehr, sehr, sehr weit von diesem Hobby-Charakter entfernt, von diesem, yeah, wir gehen das mal an, Charakter. Also, ausgenommen jetzt hier solche Titel und solche Entwickler, aber, ähm, naja, haben ja die meisten vielleicht mitbekommen mit Electronic Arts, was da gewesen ist und mit anderen. Ähm, ich wollte das Ganze jetzt mal schon vor längerer Zeit angehen, erst mal gucken, was kostet heutzutage ein Spiel und dann kann man sich auch mal Gedanken darüber machen, was, äh, sollten wir als, äh, Spieler, ach, ja, dafür bezahlen, aber ich will das an dieser Stelle jetzt nicht breit treten. Viel besser ist natürlich, dass wir Yeah-Level 22 inzwischen haben und das, äh, abbauen hier viel besser vor sich geht, äh, vorangeht. Also, ähm, ja, ich hoffe, dass ich dieses Video dann auch bald mal fertigstellen kann und meinen Kanal wieder mit so ein bisschen mehr Essenz und ein bisschen mehr Inhalt füllen kann und das nicht unbedingt, äh, zum Aushängeschild wird, wie wir hier Steine abbauen und uns tiefer und tiefer reingraben, aber das hat nun mal ein, hoffentlich um ein Ende und ihr seht hier, Tag 3, Viertel vor neun abends, äh, man kann so langsam Feierabend machen, ne? Also, ähm, ich sag mal so, Rheinmetall wäre stolz auf so einen, äh, Facharbeiter. Was ich jetzt mache oder was ich mir dann immer mal angewöhnt habe, ist, die Gegend zu beobachten. Ja, so, kurz vorm Schlafen gehen. Wie so ein Kind, was zu viel Red Bull getrunken hat. Kinder sollten kein Red Bull trinken. Schaue ich mich um. Aber es scheint niemand hier zu sein. Gut. Ein guter Moment also, um die nicht allzu dringend benötigten, äh, Wasservorräte wieder aufzufüllen und, naja, das mit Wasser ist in diesem Spiel, ich finde, so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen casual-mäßig hier geregelt, aber, naja, an anderen Stellen ist es wiederum sehr hart. Ja, die Axt können wir dann auch noch mal kurz ausprobieren an diesem armen Baum und eines der Ziele bei meiner kleinen, äh, Odyssee hier ist auf jeden Fall, dass die gesamte Umgebung der, des Unterschlupfes absolut frei wird. Also kein Baum, kein Strauch, kein Felsen und, äh, dass man eben die Zombies so besser erkennen kann. Das ist auf jeden Fall eines der Hauptziele gewesen. Und dann heißt es auch gerne Baum fällt bei Stufe 23. Haha. So. Nach diesem äußerst erfolgreichem dritten Tag gönnen wir uns natürlich gleich Ruhe, aber vorher müssen wir noch zumindest eine rudimentäre Absicherung hier bauen und das ist natürlich alles hier nicht viel, aber immerhin besser als gar nichts und ich verlasse mich einfach auf mein Glück, dass jetzt hier nicht gerade am dritten Tag schon irgendwelche übelgelauten Leute reinkommen. So, was jetzt kommt ist, äh, das, was eigentlich immer ansteht. Aufräumen, Schmiede anschmeißen, Camp anschmeißen, äh, Campfire, also die Feuerstelle anschmeißen und diesen ganzen Krempel hier aufräumen und, ähm, ja, wie soll ich das erklären? Eines der wenigen traurigen Highlights dieser Nacht war die Herstellung dieses Eimers, ja, dieses mächtige Eimers, von dem ich einfach keine Ahnung hatte, was er macht oder wozu er gut sein soll, aber hey, besser als gar nichts, sein Skillpunkte wurden schon während des Tages über verteilt und, äh, ich hab mich auch über meinen, äh, Essensreservoir sehr gefreut, ne, so viel Fleisch zu haben und sogar das Meets You hier, das ist eben sehr gut, da braucht man sich erstmal ein paar Tage, also zwei, drei Tage keine Sorgen machen und, äh, andere tolle Sachen waren dann auch eben diese Herstellung von weiteren tollen Essenssachen, also ihr seht schon, wie traurig das Leben so ist, wenn man alleine in der Wildnis lebt, da ist nicht jeden Abend, so Party angesagt oder sowas, nein, also es war tatsächlich Tag drei oder Tag, die Nacht, ach Gott ey, also Tag drei, die Nacht, so, ist, äh, erstaunlich, äh, konservativ gewesen, ohne großartige neue Erfindung, ohne großartige neues Werkzeug, eben den ganzen Krempel auf, äh, volle Leistung bringen, bisschen Wasser einpacken und sich für den Ausflug jetzt an Tag vier bereit machen, darum ging es, ja. Und meine Damen und Herren, da sind wir jetzt auch schon wieder am Ende dieses Videos angelenkt, wieder ein Video, mehr auf dem Kasten, bald habe ich die tausend hier geschafft, Tag vier, äh, die Plünderung steht uns jetzt bevor, Video fünf, sechs und sieben sind dann auch schon bald fertig. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag, vielen Dank fürs Zuschauen, ich hatte durch dieses ganze Raumgelaufen hier zu Hause sogar noch ein Level ab, ich meine, wenn das so einfach wäre, sich fit zu halten, indem man einfach zu Hause aufräumt, das wäre doch ein schönes Leben. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Leute, macht's gut, bis dann, ciao. Billig-Outro, in der Hoffnung, dass meine treuen Zuschauer anderen von mir erzählen. in der Hoffnung, er�ob Wentro reverberatet, bis dann, in der Hoffnung, bei jedem